Hallo zusammen, hier ist wieder Herr Cella und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, an dem wir ein bisschen länger arbeiten müssen und dementsprechend mache ich jetzt gleich schon das Video, ohne dass ich das Mount besitze. Mache ich eigentlich eher ungern, aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich in dem Fall eine kleine Ausnahme mache. Das Mount schimpft sich einmal sandige Schieferschwinge. Das sehen wir hier. Model kennen wir jetzt schon aus dem einen oder anderen Mount aus der Zaraleckhöhle. Die Farbgebung ist natürlich jetzt hier ein bisschen anders. Wir haben so ein bisschen sandig bis bräunliche Schieferschwinge hier. Und ja, wo gibt es die her? Wir müssen ein bisschen was an einem Achievement schrauben. Und zwar haben wir das Achievement einmal hier unter Weltereignisse und dann Zeitwanderung. Und da haben wir den Erfolg Meister der turbulenten Zeitwege. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Werdet im Verlauf der Ereignisse turbulente Zeitwege fünf Wochen lang Meister der Zeitwege. Und ja, was ist Meister der Zeitwege? Wir müssen uns einen Buff holen. Als erstes zeige ich euch mal, wo die turbulenten Zeitwege sind, beziehungsweise wann die sind. Die haben jetzt hier angefangen am 27. September und gehen dann fünf Wochen lang von da an. Und während des Ereignisses ist es so, dass wir jede Woche einen anderen Timewalker-Teil haben. Der erste ist jetzt hier Kataklysm und da könnt ihr euch dann quasi die Timewalker-Dungeons anmelden. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist im Endeffekt, ihr queet euch die Dungeons. Ich habe euch jetzt mal den Twink hier reingezogen. Und wenn ihr quasi das erste Dungeon abgeschlossen habt, kriegt ihr am Ende einen Buff, wo ihr fünf Prozent mehr EP kriegt. Und flat. Der hält zwei Stunden. Und wenn ihr dann noch eine Dungeon queet, dann stackt der Buff sich hoch. Also ihr habt immer zwei Stunden Zeit, quasi einen Dungeon abzuschließen und dann das nächste wieder zu machen. Aber die Timewalker-Innies gehen halt, weiß ich nicht, in zehn Minuten durch. Also das ist kein Problem. Wenn ihr den zweiten Buff habt, dann habt ihr zehn quasi. Zehn Minuten. Beim dritten habt ihr dann 15 Minuten. Und der letzte, da wandelt sich dann der Buff um. Also wenn ihr vier Dungeons hintereinander gelaufen seid, dann kriegt ihr 30 Prozent und der wandelt sich einmal um. den Meister der Zeitwege. Und wenn sie es umgewandelt hat, den Meister der Zeitwege, naja gut, dann kriegt ihr halt hier eins von fünf. Ich habe das mit einem Twink gemacht, ist aber ein Account-Achiefment. Das seht ihr immer an diesem blauen Markierung in der Überschrift. Da seht ihr das da, das ist auch ein Account-Achiefment. Das ist kein Account-Achiefment. Heißt, das könnt ihr mit jeglichen Chars den Fortschritt sammeln auf eurem Account. Heißt, ihr könnt in der ersten Woche mit Char 1 vier Instanzen machen. In der zweiten Woche mit Char 2 vier Instanzen machen das vollkommen egal. Oder ihr macht das alles oft beim Main. Mehr müsst ihr nicht machen. Fünf Wochen hintereinander müsst ihr halt die vier Timewalker-Dungeons pro Woche durchballern. Und dann kriegt ihr euer Mount. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich es in der ersten Woche mache. Und nicht erst, wenn ich es Mount habe, weil dann ist das Event zu Ende. Und ihr könnt es quasi dann auch nicht mehr erspielen. Genau, deswegen jetzt hier schon der kleine Vorgriff. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Da das Ganze ein Achiefment ist, das Punkte bringt, vermute ich mal, falls ihr das Video jetzt zu einem Zeitpunkt guckt, wo jetzt ihr vielleicht schon einen von den Dingern verpasst habt oder das Event komplett schon zu Ende ist. Blizzard hat es jetzt so gemacht, dass diese turbulenten Zeitwege anscheinend immer vor dem nächsten großen Patch kamen. Vielleicht ziehen sie das weiter durch und ihr könnt es dann in der Zukunft auch nochmal machen, wenn nächster großer Patch ansteht, dass ihr solches Ereignis wieder macht. Ich vermute, dass es so ist. Sonst hätten sie gleich eine Heldentat draus gemacht und es keine Punkte gegeben, weil alles, was quasi Punkte bringt, kann man oder soll man eigentlich zu jeder Zeit noch erfarmen können. Also deswegen vermute ich, dass es da vielleicht nochmal irgendwann in der Zukunft so ein Event geben wird. Gut, das war es mit einem kleinen Videoguide. Habt mich hier vor, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.